Hallo meine Liebe Leute und herzlich Willkommen zurück zu Liga of Legends und diesmal nämlich das richtige Item nämlich diese Maschete so denn die Maschete ist cool ja und die brauche ich unbedingt hier zu wer aber nicht äh so was zur roten Seite oder ist das rot ich glaube rot oder dann und Frosch oder Golem ist immer die Frage wo sind wir hier hier so mittel ich weiß es nicht äh bin aber falsch glaube ich so so es gibt Leute die sagen Golem oder Frosch oder was immer zuerst so ich weiß auch gar nicht wieso man hier wechseln sollte äh nehmen wir jetzt Frosch oder Golem? Frosch Golem Golem Frosch äh nehmen wir Golem oder? ich nehme ich nehme es der ist gabelt in der Kiste ich nehme ich nehme und wir nehmen den Frosch oder doch Golem? ich bin noch hier auf der anderen Seite dann können wir was auch nicht schauen wir mal was unsere Freunde hier sagen die gehen positionieren sich beim Frosch glaube ich dann machen wir Frosch oder? ja oder wollte er sie umpositionieren ich weiß nicht sollten wir hier aber trotzdem mal so ein Stab zur Sicherheit schicken damit ich äh bescheid weiß und den Frosch würde ich dann wieder ohne so ja gleich mal hier unser Item nutzen so und 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 wir sollten nicht zu viel Schaden kassieren naja so jetzt haben wir ihn glaube tot eigentlich theoretisch ja noch ein Treffer oh okay ja das ist gut gelaufen das ist das zweite was ich mache den hier jetzt so und vielleicht nehmen wir auch ein Heil-Item dazu so so ja damit ich hier nicht sterbe so läuft doch sobald das hier endet ja okay den machen wir so und jetzt können wir den richtig schön schnell töten gut so klappt das eigentlich auch nur habe ich jetzt natürlich wieder kaum Mana ja wie üblich und mein Skill kostet schon irgendwie 80 80 Mana ja das heißt schauen wir mal wir töten die Zweier Golem da und das kostet auch nochmal 65 ja den den hier da werden wir dann angreifen weil es uralt und wir warten nicht so und hoffen dass wir das so hinkriegen jetzt die sind nämlich nicht unbedingt stark also sollte es theoretisch eigentlich funktionieren ohne dass wir zu viel Schaden kriegen oder dass wir ja noch eins okay so okay den kriegen wir auch tot für uns das ist sehr schön genau wir haben die ersten drei Level dann kann ich ja schon mal zurück und unser Item mal ein bisschen aufbessern und dann gehen wir Golem töten und kriege ich schon das Item was mir hilft mehr Geld zu bekommen da ist 20 zusätzlich Geld für getötete Gegner ist sauber würde ich sagen nehmen wir gönnen wir uns so und das nächste ist dann Golem und eventuell sollte man aufpassen wie die Laning Phase hier von meinen Kollegen aussieht denn der Gänische Heimat Dall das heißt er glaube ich macht ordentlich Damage glaube ich an unserer Katharina jo welch übel ist gespannt so dann haben wir da 430 okay schön dass wir bei denen wenigstens so eine LP Anzeige haben ja ja mach euch du bist ein komischer Golem hier wo wir noch mehr leben extra weil ihr nervt so genau bevor du mir nochmal Schaden machst mag ich nicht ich brauche auch nicht so viel Damage ehrlich nicht so und den kriegen wir doch sicherlich jetzt tot ohne dass wir vielleicht auch nicht so aber wir können ja immer hier wieder uns schön auffrischen durch unseren Skill und im Notfall muss ich Highlighten nutzen haben wir ja ein bisschen was gehabt so auf jeden Fall ist er dann tot noch einmal ah sehr schön gerade so geschafft gut dann können wir jetzt hier auch die Würfe nochmal töten die sind nämlich auch schon da so ja feine Sache hier oder läuft auch wenn ich wieder dann viel Schaden krieg hier so weiter hier nichts keine Müdigkeit vorschützen so und du auch sehr gut immer schön Geld und so ich brauche über 1000 um das eine Item zu kaufen das macht mich dann nämlich stark und ich will stark sein ja hier und zack kriegen wir gleich mal Leben und kriegen wir den schnell genug tot ohne dass ich hier wieder ja ja kriegen wir tot hier so dann ja nochmal so ja der ist auch tot ha die sterben ja alle wie die fliegen und ich verliere kaum Mana das ist gut dann würde ich sagen wir machen den als nächstes und bei dem können wir auch wieder unseren Skill hier dann einsetzen können wir auch hier jetzt bei Gegnern das habe ich die ganze Zeit vorhin vergessen als ich das Spiel gespielt habe wo wir verloren haben naja das war sehr bärmlich da war ich aber nicht der einzige schlechte äh hier genau der ist nämlich tot so was macht er eigentlich da dass er seine Lane verlässt in Notform bin ich doch da für das was er vorhatte na egal so und zack wieder mehr totes Fleisch welches wir hier kreieren von den Minions wir krippen kripplich rum ha das war ja doof von mir ok wo denn hier ja vielleicht sollten die aufpassen und nicht alles sterben oder so ja wir sind gerade äh schauen wir mal ob wir das hinkriegen so und ne der ist zu stark wie ihr seht in der Verteidigung ist schade das war aber ich hab mein Leben aufgefrischt das ist auch ok das ist doch auch was wert oh ist doch noch ein bisschen ein bisschen stark genug für den Wind so aber zu zweit vielleicht hätten wir es vielleicht zu zweit hier gekriegt hat er früher eingeschaltet hätte ich sagen sollen dass er auch rauf gehen soll oder so ach was mache ich hier ich gehe kurz einfach mal zurück und dann töten wir noch mal Froschi und dann schauen wir mal was wir hier schönes kaufen können das wäre plus wartet wartet es gibt noch mehrere Items die wir da da bla bla die hier ist gut verschlingend das hätte ich nämlich gern ah Angriffstempo erhöht sich dadurch aber nur und magischer Schaden beim Treffen also es ist eigentlich schon geil Magie Schaden wird nämlich erhöht aber andererseits vielleicht auch lieber Pirscher wo ist er denn Krieger haben wir hier Magos vielleicht lassen wir Pirscher und gehen erstmal auf Dings genau das sollte reichen dann können wir wenigstens dieses Item schon mal kaufen ja ihr seht ich bin noch nicht ganz einverstanden mit dem Items ich weiß nicht was man hier kaufen soll einfach ja verstehe nicht was das hier ist aber okay schauen wir mal ja der Typ geht da alleine hin jetzt hm ich gehe da einfach dann das Schnurstrex gerade hin und achtet darauf dass er hier obwohl der Moment eigentlich weit genug weg ist aber der andere ist hier wahrscheinlich dorthin kurz gerannt ja ok ja das wurde leider nicht viel ja ok rennen wir weg so oh 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 ja oh 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 ja tot ok die haben hier entweder sind die gefiedelt oder wo sind die 2-0 nee die sind aber nur gut sehr schön zu wissen so also wir das ist unser nächstes halt in mir alles ja so wir kriegen Geld das habe ich gar nicht gesehen ich habe nur auf den Magieschaden geachtet na und dann lassen wir es alleine haben wir nicht noch einen also ich muss unbedingt mehr Mops töten ich bin Level 5 gerade mal ja das ist ein deutlicher Levelunterschied so ohne Airskill tut man das sowieso nicht so oft ganken also bitte ich mich erst mal auf das hier konzentrieren genau auf meine auf Mops auf Mop Yaging Jagging Yaging Yaging ja wir jagen wir junglen hier einfach so das ist nämlich dann die korrekte Bezeichnung wir junglen so 480 ja dann ist der Tod so ja auch und jetzt haben wir alle getötet so die auch noch mal äh der müsste der gute hier so wie ihr seht können wir ein Turm wurde kaputt gemacht von dem hier oder was vom Gegner dann ja egal so schön schön wir müssen mal zu töten weiterhin wir müssen schnell Leveln Geld bekommen und alles wir können sie sich weiter leisten Zeit zu verschwenden tut mir leid wir müssen alleine klarkommen ich habe ja auch keinen Schaden gemacht an denen also war schon erbärmlich so so wie er stirbt und ja was soll das Wort ist das ja auch Wolf und Hund ist ja nicht so unähnlich ja das stimmt schon wieso sollte die auch sich nicht unähnlich sein ach keine Ahnung was ich damit bezeigen wollte aber passt schon 510 das brauche ich nicht bei denen die sind so schwach diese Einheiten hier ja dass ich sogar so einfach genau den mach zack 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 seht ihr so geht das hier so und gleich mal hier meine Energie wieder auffrischen geht das gar nicht dass ich so wenig hab salala und noch mal her 510 also ja da brauchen wir noch ein bisschen ok ja kriegen wir hin hier und unseren W-Skill nochmal ein bisschen erhöhen das ist wichtig und Schuhe sollte ich vielleicht auch mal kaufen ja Schuhe oh da müsst ihr aufpassen so hier ist gerade nicht viel los außer dass ja der Dings hier vor die Hunde geht ah der ganze Turm würde ich sagen ist kaputt das will ich nicht mehr verteidigen das bisschen da ja ich schon aber ach was sollen wir hier ja genau auf diese Art nämlich wir verteidigen jetzt diesen Turm ein bisschen ohne ja hier tut mir leid ich lehne für dich gerade hi 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 und ich nehme das Geld in mich oh ja natürlich und zack war ja klar dass der sich da noch befindet aber konnte ja leicht fliehen hier genau sehr gut muss ich ja noch bleiben ich gehe nämlich wieder das musst du alleine schaffen oder ach schafft aber nicht alleine aber ich kann die ganze Zeit jetzt nicht bei dir hocken ja also das musst du schon irgendwie alleine hinkriegen eigentlich und aufpassen weil könnte natürlich hier immer noch so ein Tüpp ich verschwinde wieder auf jeden Fall ich muss ja auch mal wieder ich muss mein Level erhöhen bin gerade mal Level 8 oder so ja es geht ja gar nicht ich brauche mehr Geld und mehr Items so und genau wir müssen auch hier ein paar Gegner töten verbündeter Turm wurde zerstört und wir töten mal hier den diesmal schneller als gerade eben so ja so dann soll die auch tot sein naja so jetzt theoretisch so viel Schaden hat er wurde dann den Turm gemacht wie es aussieht aber jetzt geht es ja wieder will er jetzt meine Mobs klauen ne ich will er nicht ok dachte schon vielleicht habe ich gerade eine Nachricht übersehen ja wo jemand nach Hilfe geschrien hat ne da ist gerade nichts los also weiß ich nicht hm hm ja wow ich hätte vielleicht auch nochmal weh machen sollen ja danke das hat er aber spät gemacht hat drauf gedrückt aber hat nichts gemacht na Fiddle der Boss hat mit dem Stick rum Fiddle Fiddle Sticks das sagt doch dein Name ui Fiddle Fiddle da hat mir jemand doch tatsächlich über die Minions geklaut Nobs he he nein nein ich sind doch keine Noobs hier niemals sind nur Leute die mich gern beklauen oh und ich vergaß ja muss heute etwas früher ins Bett gehen ha ha darf er gar nicht so lange wach bleiben schade so vielleicht können wir als nächstes Schule damit ich schneller bin aber wir haben jetzt ein bisschen mehr Stärke ein bisschen mehr Verteidigung haben wir wo sag ich dieses Krokodil was ist dieses Karsel oder der ist auf Magie oder Nojan Gold Pro das ist der Jungler ne doch hä kann doch nicht sein dass der Jungler die ganze Zeit da oben ist das ist sehr seltsam was ist das für ein Jungler wow das war ein gruseliger Ton na egal der eine Turm ist jetzt kaputt dann ist es sowieso egal dann kann ich ja weiter toll na egal das kann was können hier mal hm da müssen wir vielleicht helfen ja also unsere Mobs werden hier gerade alle geklaut glaube ich naja wir versuchen einfach mal was so und wir haben ihn getötet so ah falsch geklickt würde ich sagen naja hm so wir greifen den auch an weil das eigentlich unser ist ja mein Meister ja komm naja fast werde ich den was haben die vor ich werde hier auch sein die sollen also der Typ sollte nicht meine Mobs alle klauen das ist ja krank was die ja immer mit mir machen hier also echt okay hier scheint niemand zu sein dann machen wir hier äh wartet lass mich raten ja die wollen alle hier von mir klauen okay ah ah da ist der gute ach das ist Karsol ist hier nicht stürzen lassen von denen der ist zu stark man das ist klar ich habe Angst man ich habe doch kaum live aber das stimmt es war ein Fehler von mir ja die ich bin nicht so schnell ja ich das wird auf mir lasten jetzt okay ich habe meinen F-Skill darf nicht vergessen der macht auch noch ein bisschen Schaden bei denen naja okay da wollen die rumlungern wollen die da hin ja stirbt doch naja naja ich sollte abhauen oder gut dann habe ich ab hätte besser klappen können hätte hat es aber nicht äh meint ihr ich kriege den Tod ohne ach egal ich riske jetzt mal nicht Varus ist irgendwo hin unterwegs gut der Frasch ist da so dann töten wir Fraschi Krom Krom nicht Krom ja aber ich würde den dann auch wenn er Kronkh heißt töten hehehe aber nur so oh weil das zu diesem Spiel gehört genau nicht aus anderen Gründen so soll ich hier versuchen aber da kriegen wir kommen wir nicht hin ich sollte weiter leveln habe ich jetzt beschlossen weil das wurde mir so gesagt das tue ich auch so wir brauchen viel mehr Items und so äh und viel mehr Geld und jo ein Gegner getötet das hat er gut gemacht ja ein guter alter Varus ach ja egal machen wir ganz schnell einfach wer ist das gewesen egal was machen die hier wieder und ich gemerkt dass ich sinnlos wieder bin weil ich dumm rum und viel zu viel Angst habe und naja hat aber auch wenig Leben das ist vielleicht besser nicht ganz so nah mal ja ich komme auch mal voran hab ja ein bisschen die Fans hier habe ich so ja noch nicht gekauft oder ja habe ich noch nicht gekauft habt ihr recht dann würde ich mal sagen wir bleiben erstmal zurück hier ja kommt schon wir trennen uns gerade wie es aussieht das ist nicht so gut für mich oh oh nein wieso rennt sie aber weg ja das war knapp man richtig hardcore knapp ja so stirbt man okay der ist tot ja das lief doch ja oh oh so ja okay wir bleiben hier trotzdem mit Sicherheit irgendwie die kommt nicht näher wie es aussieht okay so der wäre bestimmt fast tot gewesen jetzt aber nur fast ja ja das ist doof dass er was er macht naja komm doch her oh wieso wieso ist meine da vorne gewesen wieso habe ich das voll verpeilt wieso nur ich weiß ich nicht weil ich ein Nub bin aber hier die Seite wieso habe ich das nicht vorgekauft so ich könnte jetzt Magos Fähigkeit stärker und abklicken Zeitverringerung was auch nicht das schlechteste ist oder soll ich ja möchte jetzt haben und äh habe ich jetzt trotzdem noch meinen Effort-Skill ja ich glaube schon gut und wir nehmen den da ja da war ich zu weit vorne ist so doof wenn ich mich selbst aus den Augen verliere wenn ich richtig drauf achte oder sonstiges so welche Level habe ich eigentlich mittlerweile 11 oh das ist doch eigentlich ok so die Frage ist jetzt ja wohin gehen wir super gehen wir hier lang schon war ja komm doch ja das war dumpf vor dem irgendwie doppeltütung aber trotzdem das war ja auch so sind ja nur vier tot ok ok das lief ja gut was habe ich gemacht ach nicht viel glaube ich oh ja ich komme nie dazu irgendwie großartig was zu machen habe ich das Gefühl aber ich helfe immerhin aus das war auch ok oder da sterben die alle wir helfen mal hier ein bisschen so ok jetzt gehen wir wieder weg ja äh was mache ich da weiß ich nicht das war wieder dumm von mir aha ich habe meine Eiter eingesetzt geil ich ich da hat aber nichts gemacht gerade meiner ich habe aber zugefügt die andere stirbt wieso ach ja wir werden so gestorben da haben wir zu viel rumgespielt glaube ich Prozent ich bin dran gestorben noch das doch geht die Hälfte 2 0 gestorben ja das sind die guten von uns während ich der schlechte bin oder halbschlechte ich weiß noch nicht halt für Sport du das du das macht und was jetzt das nächste item der starb der lehrer hätte ich jetzt gern als nächstes item weil der gibt auch äh fähigkeits dings magieresistenz genau ja den möchte ich haben und die haben ja auch ein bisschen magie deswegen ist das vielleicht nicht nicht der Schlechteste nicht der Schlechteste Busch Bord Prozent ja wollte er macht er auch und die macht auch irgendwas naja hey ich habe gemeint vier Assists wir haben allgemein noch nicht so viel gemacht oder ja 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 wir töten hier alle da ist er ja der gute ja er ist tot oder auch nicht gut dann nicht so ist er noch mal entkommen der so ich sollte mir vielleicht bessere Schuhe kaufen wieso vergesst du das immer diese Schuhe sollte ich mir unbedingt holen so lalala und dann vielleicht auf Schnelligkeit mal damit ich richtig asozial schnell bin hey nicht so weit vor Heimerdingen ich bleibe lieber zurück auch deswegen ja hehehe oh heimerdingen achso da sind er wieder auch sehr gut ah dann nicht äh wir fliegen ein bisschen ok musst du immer wieder meinen Erskill mal nutzen soll ich das hier machen jetzt so ja so ja der ist gestorben sobar immerhin einer tot und der andere auch tot ist sehr gut ich habe einen Kill begonnen das freut mich jetzt irgendwie ok ah ok wir fliehen hier lieber weil die wieder zu viele sind wir gehen mal hier gehe ich zu dem weiß ich wohin sie das Ende noch ich weiß nicht was er fahrt also gehen wir einfach hier so random rum oh ja das ist immer noch so ein Biest Ton und bleiben im Dschungel bei uns hinter den eigenen Reinen genau den Golem wird zerstört Golem wieder habe ich schon eine Weile nicht mehr gemacht ich glaube Golem ist tot hey warum ist hier alles fort ihr müsst Kerl hat mir doch wieder alles genommen na gut dann ebenso ja ja das ist auch cool ja ja hier ich achte dich aber so ist das von mir dann immer jetzt das Viech aber wenn ich ne so ach so ja ja kann ich den auswählen und dann kann ich nicht dann weiß ich nicht was das sein soll so wir laufen schon mal nicht im Dschungel weiter also können wir auch hier schon logisch gerade äh schwind loslaufen ja toll ist schon tot ok jojo ist gut an einem Ding er tut meistens hier auf vorne was hin platzieren ja du sollst vielleicht nicht so weit genau ja deswegen äh sonst passiert irgendwas doofes so wir haben wieder hier ein bisschen Unsinn gemacht ja ja auch natürlich ja ok ja 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 machen wir machen wir schon irgendwie ja gehen noch weiter nach vorne hier mit eurem Lehmann hat Peter oh oh die riskieren es hier wir machen hier ein paar wollte ich eh nicht machen eh ja genau hier so eh vielleicht sollen wir hier einfach irgendwo verschwinden und dann äh sollte sich vielleicht locken einfach oh ja super da ist das fähig und aber kann sie töten scheinbar ja ich weiß nicht wie man die benutzen kann wenn wir das jemand mal sagen könnte wir warten hier war los ich warte bis ich mein skill hier nutzen kann und dann toll oder auch nicht ach das dauert hier eine weile glaube ich aber wir dürften doch wenn die weiter nach hinten rasen würden dann würden wir äh definitiv zu unserem ziel kommen die sind zu viert könnte er als wagen sich herausstellen ok machst du hier ah ja da ach das war zu weit vor es war jetzt ist der überraschungsmoment kaputt ja ja ok oh das hat wieder den falschen genommen weil ich Angst hatte aber ich muss keine Angst haben wurde mir doch gesagt so der ist gestorben so auch was hinterher geschmissen ach jetzt muss ich mich daran gewöhnen dass eins wechseln wir wieder so eins ist Heilung ab sofort ich möchte das nicht immer wieder verschwendet sehen okay das war gut jetzt können wir hier angreifen alles kaputt machen ja bevor wir hier oh 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 ja das war doof da kann man zu schnell mal da kann man eindeutig zu schnell zu mir aber hier wir haben jetzt aus diesem Stab verbraucht schon Stiefel ich habe nicht einmal Stiefel gekauft obwohl Stiefel doch äh fucking wichtige Items sind aber hier da Stiefel und dann die 420er Stiefel und wir können dann noch Verzauberungen kaufen wenn ich weiß für den da oder nicht oder ist das schon das höchste ach so okay ich schon war das wüsste aber die hast du wieder geändert das Item kann das sein die ändern hier ja ständig irgendwas ja na gut ja wir wollen einen Baron machen oder was wollt ihr Baron machen? nein schon mal nicht äh oder doch ich weiß nicht auf jeden Fall ist da jetzt unser schön irgendwas so ich sollte aber auf jeden fall werde ich ja meinen schönen Viertelstab äh beobachten denn soweit ich soweit ich das gesehen habe kann das mal passieren dass ich ihn nicht beobachte und dann stirbt er ja mein Viertel stirbt dann oh oh okay okay wir ja wir machen hier einfach und dann äh ja bin ich zu weit gerast super super ja ja egal wir müssen den doch irgendwie erwischen wo ist er denn der Typ irgendwo ist er er hat sich verzogen schon mal verzogen egal weg ist weg würde ich sagen ich habe da ja nicht ich habe jetzt natürlich mit 1 hä hä wer wollte ja ich mache auf jeden Fall 1 ab sofort Sonja so so das will der zu bei ich da schon mal war da jemand wurde angegriffen grad von dort oder nicht dachte ich jetzt hier niemals schießt äh irgendwas Schöp Schöp ah ok naja ja wir müssen hier aufpassen naja komm schon komm ich warte auch noch auf meine Chance ich glaube da haben die Angst davor dass ich hier so in der Ecke rumgetanzt habe weil das war ja offensichtlich dass ich da bin so terminiert wen denn den drachen aber jetzt ein power up so durch gut ich wüsste wir das ja gewinnen nicht wegen mir aber weil wir allgemein toll sind aber ich gebe mein bestes doch das ist immerhin etwas so wo bin ich äh achten wir da ich ver weiß ich wo ich drück mal meine Skills manchmal auf Gegner und meine Kreatur rennt trotzdem nicht das finde ich seltsam ah ja ah oh 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 ja komm schon tot ist er ja das ist ja ein toller toll ist irgendwas ja das kriege ich da nicht drauf hey ja würde sagen wir haben doch gewonnen äh 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 haben wir das haben wir toll oder ja ich hab da wieder schön was drauf geballert ah aber hat ihn schon mal nicht interessiert so ja wir saugen hier auch uns so ein bisschen ha 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 ja toll ich stirb ja auch einfach mal ich kann auch grad nichts machen ich hab nicht gesehen dass die da wieder alle zusammen sind ja das ist ebenso mit der Beobachtungsgabe soll man hier vollkommen auf Schnelligkeit gehen nee wir gehen hier auf Magieresistenz schauen wir mal oder gehen standardmäßig auf Magiedurchdringung die ist auch cool Magiedurchdringung die ist auch cool Magiedurchdringung so das haben wir jetzt alles ist vielleicht das hier das nächste Item das man sich kaufen kann glaube ich außer ich sterb zu schnell dann wäre natürlich äh die Läste ich ganz gut ich glaube wieder ich sowieso gut weil Relay verlangsamt auch genau und 35 Prozent einmalig Prozent ich warte auf 1000 allerdings so und das ist natürlich hilfreich so für insofern dass wir dann ach wartet das ist Schwachsinn ich hole mir jetzt meine mehr Fähigkeit mit unserem Ende zu denn da genau weil ich es kann und die 1 werde ich demnächst also die 2 werde ich demnächst benutzen und werde ab sofort mir immer den meiner Prank auf 2 legen damit ich das mir mit Sonja Sonja? Stundenklasse merken kann ja so und jetzt werden wir mal richtig hier wieder die was werden wir eigentlich machen? äh wie ein Mist wahrscheinlich ja werden wir wieder Mist machen wie geht die da so lange dieser Mist scheiß äh ich stehe dann wieder rum weil ich rumstehen kann eben so ja hier schön erstmal das hilft gar nichts mehr diese Heimatding ist nur am Anfang stark oder? kann das sein? so entweder wir versuchen von hinten so wir versuchen mal hier jetzt ja und ja jetzt sind die auch alle oh oh wir sind stirb ja und ich bin auch tot geil so knapp hier schaut das an ist er doch gestorben wir sind auch gestorben alle das lief nicht gut ich habe zu schnell eins gedrückt die soll mich doch angreifen und dann soll die eins machen habe ich aber nicht gemacht das verkaufen wir mal so ja das war mies von mir aus diesmal nächstes mal nicht zu schnell eins drücken hihi tut mir leid aber ich bin auch irgendwie nicht so stark habe ich das Gefühl und die Gegner sind es irgendwie doch also oder ich ne ich spinn wahrscheinlich wieder nur rum nein Katharina du es nicht du wirst sterben äh Katharina oh Katharina du kleine Assassinen gut gut wir werden wieder schön rum rufen oder fiddeln ja fiddel mit dem fiddlesticks äh ne der fiddlesticks fiddelt mit seinem stick umher im dschungel als jungler da haben wir auch alles schön hier und na natürlich jetzt auch tot hier na ja klar was wir auf sich das lohnt immer unsere Katharina hier schauen wir mal der 3S also wird sie sich theoretisch immer lohnen auch nur theoretisch wieso beenden wir das Spiel nicht einfach wir könnten müssen schon längst die Chance haben das ist verdammt das Spiel zu beenden theoretisch ja wenn wir einfach mal alle losstürmen würden was ist das eigentlich kann man das kaputt machen ich weiß es nicht ist doch von diesem Krokodil oder irgendwas wahrscheinlich so da ich mach voll viel Schaden wup 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 da nicht wo sind die anderen denn alle hier und wo sind unsere Einheiten da und da und also zu zweit werden wir nichts hinbekommen das ist ja auch nicht bewusst und die anderen oh 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 da hatte ich zu viel Angst das schauen wir auch ich weiß gar nicht was wir hier machen das werde ich jetzt wahrscheinlich mal ein bisschen schneiden genau ich schneide ein bisschen wieso nicht oh nein ich wurde getroffen ja kommen die uns alle hinterher eigentlich oh ja die kommen uns alle hinterher ja 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 so ja tötet tötet ja ich habe es richtig gemacht diesmal glaub ja aber auch ein Gegner getötet okay lief doch ganz gut glaube ich sogar haha ich glaube ja es lief gut nur der master jing ist gestorben und ich habe einen getötet dabei bin ich gestorben alles paletti soweit wir mich eingegriffen haben habe ich eins gedrückt nicht zu früh diesmal sondern als ich gesehen habe ich krieg Schaden eins so einfach ging's so so muss es sein so einfach eins drücken und gewinnen und hier unser Sieg doch von Trasen oh ja so muss ich das gehen hoho so genug rumgeschmubbelt und gegnerische Turm zerstört ja schön gemacht können wir jetzt endlich gewinnen wir waren doch hier sogar schon mal und haben das weggemacht bin jetzt eigentlich Stufe 17 erst ok ja ja der Typ ist der Typ ist eigentlich ganz stark oder wow da hat jemand mal auf Verdacht irgendwo hingeschossen aha er hat sich selbst da hingeschossen siehst du mich verarschen ja okay ja wir müssen ja 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 das reicht nicht glaube ich aber ich hab glaub zwei getötet oder sehe ich das richtig okay der eine war ziemlich geschwächt aber ja egal den holen wir uns gleich ein andermal auf jeden Fall habe ich glaub diesmal sogar eine annehmbaren Job gemacht so ich tue hier schon mal den Turm angreifen und merke dass ich auch angegriffen werde so ja ja wir kriegen das schon hier hin wie ihr seht ja die sind noch nicht alle lebendig sondern nur zwei gerade oh ok ja ja so würde sagen ja ja damit können wir okay die sind gleich wieder alle lebendig können wir es also vergessen mal wieder aber dann werden wir hier jetzt ein bisschen kampieren oder war es stirbt oh 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 noch zwei Sekunden dann kann ich wieder den 1 skill nutzen und ich muss F nutzen machen F es ist auch gut ja 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 das war nicht gut ja 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 dann mache ich den jetzt hier einfach und fliedern oder auch nicht so war töte ihn geschafft das oder ihr schafft das ja schon da ist doch werf toll hat nicht getroffen aber er ja macht sie alle nieder läuft kann jetzt relay stadt kauf sehr gut und jetzt ist das nächste das hier damit bin ich mächtig 120 fähigkeit und noch mal fähigkeits blablabla ihr wisst schon damit bin ich ultimativ stark und dann haben wir sowas hinter uns he he naja ich konnte irgendwie weiß ich nicht mehr soll ich eigentlich ab sofort auch dieses hier mal cutten sagen wir das mal austesten nicht total sondern das ist noch eine halbe stunde oder so runter reduziert eine halbe stunde über eine halbe stunde schon extrem oder das ist viel zu lang ja egal so wir werden also was werden wir machen wir werden warten bis wir da sind zum beispiel sowas diese ganzen zeiten wo ich hier so dumm rum nichts mache ja wo gerade nichts passiert da kann ich ja alles weg haben so so jetzt sollten wir eigentlich langsam mal den den sieg von uns tragen mit uns tragen mit uns rum tragen wir sollen auf jeden Fall siegen theoretisch haben wir dazu alle Möglichkeiten wenn wir alle mal geschlossen ja vorwärts rennen würden und einfach die türme angreifen und so oder zum beispiel den baron machen und danach ganz easy oder den drachen so wir können hier auch den gegner töten ja hier noch mehr er ist geflohen ist nicht sehr nett ja ja hier ich krieg kaum schaden habe ich das gefühl noch jetzt kriegt plötzlich nicht mehr so viel schaden aber war ja auch mein leben ab natürlich äh was machen wir wir ich weiß nicht das war wahrscheinlich zu ja stirbte hundesohn der hat keine chance man weil ich jetzt hier auch rumrasen werde wo ist er denn gibt's doch nicht so schnell kann er niemals sein egal so haben wir uns hier ein bisschen verleiten lassen zu irgendwas äh ja hier sind Frösche überall hier ist eine katharina die abhaut und ja natürlich wieso sagt ihr das nicht bescheid dann hätte ich mithelfen können dann würdet ihr vielleicht nicht hier verrecken aber todays auch nicht das ist sehr gut so ganz schnell einfach mal den skill genutzt besser ist es nachschauern muss nämlich sterben ja damit wir einen ultimativ guten buff bekommen ja werde ich hier toll natürlich ist er den Weg gegangen statt dem den ich gehen wollte mal wir können ja hier trotzdem mal mit angreifen wenn wir den hibitur kaputt machen ja kommt schon ja so ja auch so ja stirb sehr gut oder ja 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 komm schon und tot ja wir töten die gerade alle hier ja ja stirbt doch wir greifen hier einfach mit an und zerstören dann diesen verdammten Turm so asju was habe ich genommen 18 20 am ende also ich bin doch sehr hilfreich gewesen am ende würde ich behaupten und ein sieg für uns so wie es sein soll vielen dank fürs zuschauen meine lieben leute wir sehen uns nächste folge wieder wenn es euch gefallen hat die folge dann geht noch einen Daumen nach oben schreibt das in die kommentare vielleicht wie er mich fandet war ich okay schlecht am ende vielleicht doch gut und naja dann sehen wir uns wieder und ja ich würde sagen frohes Silvester denn die nächste Folge ist ja erst Donnerstag wieder und der 31 ist davor wenn ich es richtig weiß also wir sehen uns dann tschau